Runde 1 Oh Gott sind wir groß Und übrigens, hallo wieder zurück bei Let's Play A Bulbas Big Adventure Wir sind im letzten Bossfight, wo wir gegen den lieben Mech hier kämpfen sollen Ja, das ist nicht so einfach wie es aussieht Wie in Little Mac hat unseren Sohn Abobo gestohlen oder so Keine Ahnung, wie kann das denn sein, dass wir so groß sind und dieser Tölpel uns so erwischt Was? Chris A und S, was tue ich doch, tue ich doch, tue ich doch, tue ich doch Ja, ja, fight Wir haben einige Leben hier noch zu, irgendwie oder so Was, wie kann das denn sein? Ich kann nichts machen außer Nein, wie, ich kann überhaupt nicht ausweichen Ich kann, ich kann überhaupt nichts machen Ich kann überhaupt nichts machen Das ist, das ist so, ich kann nur zuschlagen Ach komm schon Kannst du ausweichen, hallo? Ach so Ach verdammt Komm, sterf, 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 sterf Wir haben neuen Leben Nein, wir geben nicht auf Hallo Wir geben nicht auf Natürlich geben wir nicht auf Das ist doch unmöglich Wer entwickelt so ein Spiel? Ich hasse es Little Mac, wer ist bitteschön Little Mac? Ich will wissen, wer Little Mac ist Wer kommt auf so einen blöden Namen? Little Mac, ist das sowas wie ein kleiner Bruder von Big Mac oder was? Komm Okay, ich weiß, wie man Was? 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 Ich bin ausgewichen Hallo? Komm, ich schwech doch aus, du alte kleine Sack Geh Was? Das gibt's nicht Komm Ach was, das gibt's doch nicht Das ist unmöglich Was ist das denn für eine Scheiße? Hallo? Kann man hier überhaupt die ganze Zeit Was? Da Was? Was? Wie kann man eben überhaupt ausweichen? Hallo? Ja, das Oh Er hat wieder gewonnen Das gibt's doch gar nicht Also das Ich glaub, da werd ich ein bisschen länger sitzen müssen Als ich es gewohnt bin Ich kenne Diese Art vom Spiel Überhaupt nicht Was ist das überhaupt für ein Wisst ihr was? Wenn man nach oben Wir machen das jetzt einfach noch einmal So Wenn man nach oben drückt und A drückt Macht er so einen komischen Hieb Mit dem man ihn total gut erwischen kann Ja, komm Skipp 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 Mario ist der Schiedsrichter Kann ich ihn töten? Komm Wie kann es denn sein, dass uns so eine kleine Ratte An Was? Komm Ja, komm Komm, schnell Drücke irgendwas Ich drücke irgendwas Da Kann man ihn nicht töten Irgendwas Komm Da, komm 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 Da Da Was ist das? Komm doch Das gibt's doch gar nichts Wenn ich ihn überhaupt nicht treffen kann Das ist total unkoordiniert Ja, guck dich an Ich bin in dem Moment ausgewichen Okay Okay, nach einem Hit Da, schnell Da Ah, okay Okay Okay, wartet Ich, ich krieg Ich, ich Aua Jetzt hab ich das Mikrofon geschlagen Ich krieg das nicht wirklich ganz mit Wann er in welchem Moment abspringt Ah, Bobo Was hast du da zwischen deinen Beinen? Pff Wir wollen es, glaube ich, nicht wissen Wir spielen das jetzt doch mal Es gibt War da nicht gerade eine Anweisung Wie man spielt War da nicht gerade eine Anweisung Wie ich die Tasten zu benutzen habe Und nicht wie immer Lese ich sowas nicht Das kann es natürlich auch sein Gut, beim nächsten Mal Wenn ich sterbe Werde ich wohl wissen Wie man spielt Ach, komm Komm, du Kleiner Komm Mario Halt die Klappe Da Wartet doch mal Eins, zwei, drei Aha Okay Eins, zwei, drei Scheiße Wartet Nein Das ist Das ist jedes Mal Wenn er irgendwas anderes macht Er Er schlägt In anderen Momenten zu Als man es gewohnt ist Da Guckt euch das an Manchmal wartet er ein bisschen mehr Man muss ihm Ausweichen Man muss ihm ausweichen Damit man ihn schlagen kann Und das Ausweichen Ist Glückssache Ja, guckt euch das an Komm Ja, ist Guck Ich kann ihm nicht ausweichen Jetzt ganz im Ernst Ich kann ihm nicht ausweichen Ja gut Ja gut Ich kann ihm nicht ausweichen Es ist Ach komm schon Warum kann man so eine Kacke hier nicht überspringen Mach schnell Mach schnell So Hier haben wir Aos non Hook Aos down Uppercut Spin jab Was ist spin jab Wir versuchen das jetzt einfach mal Okay, wartet doch mal Okay Okay Was ist jetzt eigentlich, wenn wir Nur in den Buchstaben drücken Also entweder A oder S drücken Das weiß ich ja nicht einmal Ich muss das jetzt mal ausprobieren Ja, ich muss gerade rülpsen Deswegen höre ich mich so total komisch an Ich bin ihm noch ausgewichen Er ist Er hat nach rechts geschlagen Okay Verdammt Wir haben ihn schon bei der Hälfte Ich muss ihm nur einmal ausweichen Mach doch Weich ihm aus, bitte Jetzt Da Schnell Schnell Jo Wir haben es geschafft Leute, wir haben es geschafft Da Was Was Nein, es gibt es nicht Wie Nein Verdammt Jetzt Jetzt Da Jetzt 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 Und Da Da Komm Jetzt Jetzt Weck attack Wie viele Runden noch Zwei Drei Verdammt Er lebt noch Was 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 ist das Was ist das Ey, was ist das Ey, das ist Ey, du Cheetah Ey, Mario Tu irgendwas Wie, bitte Was Das gibt es Nicht, oder Was Das gibt es Doch gar nicht Das Das gibt es Doch gar nicht Jetzt Mal ganz Im Ernst Was soll Das Was ist das Ich bin Ganz Platt Ich bin Ganz Ganz Platt Wenn wir Jetzt Wir müssen Jetzt doch Mindestens Da Anfangen Wo er Groß Ist, oder Nein Nein Verdammt Da wünschte ich mir Ein 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 Mega Ein Mega Bobo Wieder Mal ganz Im Ernst Und hier steht Irgendwas Von Neuem Leben Jetzt Da 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 Komm Jetzt Jetzt Da Jetzt Und Komm Da Was ist denn Boah Ich hasse es Komm Jetzt Da Da Wir müssten Eine Wir müssen Die Rage Anzeige Komplett Hoch Tun Da Da Jetzt Jetzt Da Mach ihn Tod Wunderbar Jetzt kommt Diese Kacke Mit dem Großen Typen Ist das Über die Runde Eins Das Gibt es Doch Gar Nicht Ja Jetzt Kommt Diese Kacke Mit dem Großen Typen Hier Ja Dass man Es nicht Skippen Kann Ja Jetzt Kommt Doch Diese Kacke Hier Ja Komm Ich möchte Kann man ihn umgehen Bitte Schön Ich möchte Mach Doch Was Hallo Da 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 Was Steh auf Steh auf Steh auf Steh auf Steh auf Steh auf Da Jetzt schnell Weg Schnell Runde Drei Was ist damit Ja Du bist Zu hässlich Aber Umso mehr Er dich Schlägt Umso besser Siehst du aus Ja Am Ende Des Kampfes Wird er uns Schön machen Ich Was I thought Aha Ja Egal Und Der Zwei War das Jetzt Ein Checkpoint Oder So War das Jetzt Ein Checkpoint Oder So Hoffentlich Thanks Doc Er hat Uns Wieder Heile Heile Gemacht Warum Kann Man In Diesen Nicht Über Was Balls Schieß den Tod Ich Ich Kann Nicht Umgehen Er macht Das Guck Durch Das Hand Er macht Das Nicht Mal In Dem Moment Wo Ich Ausweiche Jetzt mach Ih Doch Tod Weich Aus Da Jetzt Tod Schieß ihn Tod Zwei Drei Da Jetzt Stell Umgehen 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 Da Da Jetzt Umgehen Umgehen Da Tod Jetzt Sie Sind Tod Jetzt Schnell 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 Mach ihn Tod Schnell Sterbe Da Fight Ihn Da Jetzt Was Das Gibt's Nicht Ich Ich Weiche Imaus Ich Weiche Imaus Nein Das Gibt's Nicht Jetzt Jetzt Sie Sind Tod Was Ist Was Ist Jetzt Mein Gehirn Weiß Nicht Wann Ich Aufhören Soll Du Denke An dich Als Ein Professor Was Achso Zeige Ihm Was Schmerzen Sind Runde Drei Komm Schon Es Ist Schon Gleich Tod Ja Mach Schon Macht Bitte Etwas Schneller Es Geht Nicht So Big Mac Also Jetzt Ist Ein Big Mac Das Habe Ich Doch Gesagt Schnell Aus Welchen Was Jetzt Ausweichen Hallo Jetzt Es Gibt's Nicht Ich Merke Schon Sogar Wann Wann Ich Ausweichen Muss Aber Er Macht Es Nicht Jetzt Was Aber Er Macht Es Einfach Nicht Komm Schnell Steh Auf Abobo Mach Es Da Jetzt Guck Dich Das An Jetzt Da Ich Wäre Ihm Ausgewichen Jetzt Es Gibt's Doch Nicht Und Ich Weiß Wann Er Den Grünen Strahl Macht Und Er Weicht Ihm Nicht Aus Das Gibt's Doch Nicht Nein Ich Ich Hasse Es Warum Reagiert Diese Ganze Kacke Nicht Und Jetzt Ausweichen Da Da Hast Du Affen Hirn Ich Hasse Dich Wie Oft Steht Da Noch Auf Da Okay Jetzt Jetzt Ausweichen Jetzt 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 Ich bin ihm Ausgewichen Jetzt Was Da Jetzt Was Das gibt's Doch gar Nicht Schauf Nein Darf ich Das Ganze Jetzt von Neu Machen Nein Oder Ja Hallo Bitte Schneller Nee Es Beginnt Wieder Von Neuen Das Gibt's Doch Gar Nicht Nee Das Ist Unmöglich Das Ist Unmöglich Aber Leute Ich Würde Verstehen Wenn Ich Mich Bescheuert Anstellen Würde Aber Mittlerweile Weiß Ich Schon Wann Er Was Macht Und Ich Drücke Und Es Passiert Nichts Ja Ja Nee Ist Klar Ist Ist Klar Mir Vergeht Hier Wie Wirklich Die Lust An dem Spiel Ja Da Jetzt Aha Ich Verstehe Nicht Warum Wenn Ich Ausweiche Er Mich Trotzdem Treffen Kann Aha Ich Habe Jetzt Gewusst Dass Er Jetzt Einen Kleinen Hit Macht Und Deswegen Bin Ich Mal Aus dem Weg gegangen Ja Ist Schon Wieder Ich Wusste Dass Er Jetzt Schon Wieder Ich Weiß Wann Er Den Hint Macht Und Ich Drücke Auch Entweder Links Oder Rechts Um Auszuweichen Aber Nein Es Passiert Nicht Ich Versuche Es Noch Ein Einziges Mal Wenn Es Dann Nicht Geht Dann Könnt Sie Mich Alle Kreuzweise Haben Ja Ja Jetzt Gib Doch Diese Ganze Kacke Wenn Dann Möchte Ich Bitteschön Einfach Weitermachen Von Vorne Ja Und Nicht Jedes Mal Dieses Beknackte Intro Haben Er Ist Mich Nicht Interessiert Mach Doch Jetzt Da Jetzt Schnell Von Unten Hacken Jetzt Jetzt Ich Hab's Schon Wieder Jetzt Hab Popo Mhm Jetzt Aha Jetzt 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 Ha Ich hab ihn Ich hab ihn So Wisst ihr Was Ich Habe ihn So Ich hab's Jetzt Glaube Ich Ein Bisschen Gecheckt Ich Konzentriere Mich Beim Ausweichen Nur Auf Eine Einzige Seite Ja Abobo Und Das Kann Man Dem Kann Man Natürlich Auch Nicht Ausweichen Gut Ja Okay Und jetzt Jetzt heißt es Wieder Die gleiche Sache Nur Dass man Ein bisschen Ausweichen Muss Ich versuche Das ist nur Ein einziges Mal Ansonsten Ja Mach Mach Ja Okay Das hab ich Noch nicht Draus Jetzt Ich weiß Wann er Das grüne Scheißding Macht Ich weiß Wann er Wenigstens Das grüne Scheißding Macht Und ich Ja Was Was ist Denn Wenn sie Umso Größer Sie sind Umso Harter Fallen Sie Der Rät Irgendwas Von David Und Goliath Ja 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 Runde Zwei Komm Komm Und Jetzt Mach Doch Jetzt Und Jetzt Siehst du Und das Jetzt Was Das gibt's Nicht Ich bin Im Ausgewichen Wieso Reagiert Das Nicht Und Jetzt Jetzt Aha Ich Ich reagiere Einfach Falsch Also wartet Ich weiß Ich hab jetzt Gerade was Gemerkt Jetzt Aha Jetzt Was Hallo Ich Könnte mir nicht Sagen Dass ich Bei dem Grünnen Ding Nicht Reagieren Kann Hallo Nein 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 Das ist Unmöglich Und Und ich Ich mache Jetzt Im Nächsten Part Weiter Und Übe Das Eventuell Noch Ein Bisschen Ja Und Bis zum Nächsten Part Wieder Bei Let's Play Kack Pomo